so liebe leute ein haller herzliches willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem letzten teil aus australien hier wir bleiben auf jeden fall das war die historisch von der trip rallye event nummer wo weiter geht die reise das erste haben wir ja so reden geworden jetzt gibt es noch mal mit fünf strecken weiter ich habe jetzt gott sei dank auch was zu trinken gemacht in der aufnahme pause gerade also wir sind zu gast auf der timing farm die stecke ist 4,65 kilometer lang und wohl zwei abschütte fast komplett geradeaus da gehen also ja guck mal die stecke ist 15 meter hoch und besteht aus grummen schatter und stopp wie darf als erstes auf die strecke so ist mein fahrzeug mann tue mein fahrzeug mal also wir müssen anwenden dann geht es gut schlechte bedingungen für diese nachfahrt schlechte bedingungen das ist doch wieder fünf minuten einfach 5,4,3,2,1 los mittig halten überpunkt 150 achtung bremsen und bekehren links in rechts zwei lang fach zu nicht steif in links drei nicht schneiden mittig halten überpunkt 100 durch senke rechts halten überkuppe rechts vier in links drei nicht schneiden in rechts vier macht auf 60 links sechs rechts halten überkuppe rechts stein rechts zwei kuppe 80 links halten überkuppe 100 rechts sechs in links fünf überkuppe 80 durch senke durch tor 80 senke rufe und das ist egal rufe und da ist sie gar zu senke und da ist sie gar zu senke den grupste die guckte rechts stein aber da kommt man gleich besucht und sie sind sie und mit dabei sechs lange wird nicht schneiden links rechts durchsenke rechts drei und Kuppel, 80 durchsenken. Kuppel, links 5, Kuppel, Kuppel, 80 durchsenken. Links 5, landen, durch Tor, 80 durchsenken. Vorsicht, Kuppel, rechts 5, in links 6, 80, 110 durchsenken. Links Hand über Kuppel, Kuppel, vielleicht Sprung, 60, 110 durchsenken. Links Hand über Kuppel, Kuppel, vielleicht Sprung, 80, rechts 6, in links 5, über Kuppel, 80 durchsenken, durch Tor, 80, 110 durchsenken. Links Hand über Kuppel, Kuppel, vielleicht Sprung, 80, rechts 6, in links 5, über Kuppel, 80 durchsenken, 80. Kuppel rechts 4, rechts schneiden. Und Achtung, links 2, verhängt sich Kuppel, rechts 3, innen halten, rechts schneiden, in links. 5, rechts 6, links 3, in Kuppel, rechts 3, in links 2, Kuppel rechts 4. Und Achtung, links 2, verhängt sich Kuppel, rechts 3, innen halten, in links 5, rechts 6, senken, Welle, 100 durchsenken, in Kuppel, vielleicht Sprung, 80. Rechts 6, rechts 3, in links 3, Kuppel, in links 3, in links 4, nicht schneiden, Achtung, links 3, verhängt sich Kuppel, rechts 4, macht Auf, lang, nicht schneiden, 80, durchsenken. Links 5, rechts 3, nicht schneiden, in links 2, lang, macht Auf, in offene Kehre, rechts 80. Links 5, links 3, links 3, nicht schneiden, in Kuppel, rechts 3, in links 2, senken, Welle, 100 durchsenken, in Kuppel, vielleicht Sprung, 80, 6 halten, über Kuppel, 100 durchsenken, mittig halten, über Kuppel, 80, rechts 2, in links 3, in rechts 4, nicht schneiden, in rechts 4, nicht schneiden, in rechts 4, nicht schneiden, Achtung, 8 Sekunden für was, Alter? Links 5, rechts 1, Vorsicht, rechts 1, muss ich den richtigen Blick wieder wissen, doch. In rechts 4, über Kuppel, Achtung, links 4, über Kuppel, in links 1, rechts halten, über Kuppel, links 4, macht Zug, rechts schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 60, rechts 3, nicht schneiden, in links 2, lang, macht Auf, in offene Kehre, rechts 100, mittig halten, über Kuppel, 100 durchsenken, rechts halten, über Kuppel, rechts 5, bis Ziel. Alles klar, lang, für den Kuppel. Ach so, dann hat es die Kuppel, ich habe mal ein bisschen rausgeholt in der Zeit. Das ist sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. So, die nächsten, na gut, das waren die längsten. Ah, ich habe von meinem Eistee genommen, einen Instant Eistee, mhm, lecker, deswegen sage ich, habe mir was zu drücken gemacht. Einfach dieses Eistee-Pulver und dann Wasser drüber und fertig. Funktioniert immer sonst heiß getränkt, aber ich habe es noch kalt getränkt. So, schon einfach kaltes Wasser, was man braucht, das schon. Na gut, wir diskutieren nicht über Eistee, wir wollen weitermachen hier mit dem nächsten Event. Jetzt geht's weiter. Okay, bleib konzentriert. Die Dunkelheit macht es uns besonders schwierig. Mhm. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 110 durch Senke. 110 durch Senke. 10 durch Senke. Links halten über Kuppe in Kuppe. Vielleicht Sprung, 60. Durch Tor, links fünf. In rechts vier. In links drei über Kuppe, nicht schneiden. In rechts fünf. Links fünf. Kuppe in Kuppe, nicht schneiden. 80 durch Senke. Aber das ganze Rettnis komme ich in der Fahrt. Rechts drei über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe, 200. Senke rechts, fünf. Kuppe, kehre links, bellen. 60. Kuppe in Senke. Rechts drei über Kuppe, durch Tor. 80 durch Senke. Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe in rechts, halten über Kuppe. 110 durch Senke. 80 durch Senke, durch Tor. Links drei über Kuppe. Senke Kuppe. Rechts sechs. In links fünf über Kuppe. 80 durch Senke, durch Tor. 80. Rechts drei lang, macht auf über Kuppe. Senke rechts fünf. Links vier. Und Achtung, rechts zwei über Kuppe. In rechts sechs. In rechts zwei, nicht schneiden. 80 durch Senke. Links fünf. Links fünf. Kuppe in Kuppe. 80 durch Senke. Links fünf lang. Kuppe, Senke. Rechts drei über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe, 60. Achtung, bremst links zwei lang. In rechts sechs. Durch Tor. Links fünf. In rechts vier. In links drei über Kuppe, nicht schneiden. In rechts fünf. Senke. Welle. 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80. 80 durch Senke. Kuppe in rechts. Halten über Kuppe. 110 durch Senke. Rechts fünf. Vollgas seit Freudebach. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts fünf. Achtung, bremst rechts drei. Bis Ziel. Okay. Fahr zur Marsch. Alles ordentlich. 16,8 der Vorsprung. Mittlerweile auf Platz. Zwo. Wie soll ich die Konkurrenz? Doch. Platz rein. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Studio. Tages los. Das ist ganz. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist ganz. Schlüssel. Dieowers. Die差ung. Was ist gut? ㅋ Das ist gut. Das ist. Da ist. Das ist gut. Da ist gut. Das ist gut. So, dann gehen wir rein. Event Nummer 3. Das ist Wertungsprüfung Nummer 3. Ich verwechsel das immer ein bisschen. Okay, bleib konzentriert, die Dunkelheit macht es uns besonders schwierig. 5, 4, 3, 2, 1, los. Mittig halten, überpumpen, 80. Links 2, 60, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Rechts 3, 60, nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Mittig halten, überpumpen. Und dann durchsenken. Rechts halten, überpumpen, 80 durchsenken. Vorsicht, kuppen, rechts, 5, in links, 6, 80, kuppen, senken. Rechts 3, überpumpen, 80 durchsenken. Da muss man ein bisschen aufpassen. Kuppen, links, 5, kuppen, kuppen, 80 durchsenken. Links 5, nach. Durchtoren, 80 durchsenken. Vorsicht, kuppen, rechts, 5, in links, 6, 80. Senken, senken. Bälle, 100 durchsenken. In Kuppe, vielleicht Sprung, 80. 110 durchsenken. Links halten, überpumpen, Kuppe, vielleicht Sprung, 60. 80 durchsenken. Kuppe, in rechts, halten, überpumpen. 110 durchsenken, 60. Rechts 6, in links, 5, überpumpen, 80 durchsenken. 100. Rechts 4, lang überpumpen, nicht schneiden. In rechts, 6, nicht schneiden. Warte aus, also, ja. Achtung, links, 3, verengt sich. In rechts, 4, macht auf, lang, nicht schneiden. 80 durchsenken. Links 5. Ich hab verloren. Oh. Links halten, überpumpen, 100 durchsenken. Ich muss mich so viel mehr so konzentrieren jetzt gerade. Sorry, Leute. 80, rechts 5. 80 durchsenken. Links 5, lang, macht zu. Nicht schneiden, in rechts, 3, links halten, überpumpen. 100 durchsenken. Mittig halten, überpumpen, 80. Links 2, 60, nicht schneiden. Links 3, rechts schneiden, 60. Links halten, überpumpen. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, überpumpen. Achtung, links 4, überpumpen. In links, 1. Rechts halten, überpumpen. Links 6, rechts halten, überpumpen. Nicht schneiden. Rechts 2, überpumpen, 80. Links halten, überpumpen, 100. Links 6, rechts halten, überpumpen. Nicht schneiden. Rechts 2, überpumpen, 80. Links halten, überpumpen, 80. 80 durchsenken. Kuppe in rechts, halten, überpumpen. 110 durchsenken. Rechts 5, lang. Achtung, Kuppe, gleich Strom, rechts 5. 80 durchsenken, durch Tor. Links 3, überpumpen. Senke, Kuppe. Links 5, in rechts. 3, überpumpen. In links 4. In rechts 5, 60. Bis ziehen. So, dann haben wir das auch geschafft. Okay, bring es zum Marsch. Das ist ja 19,3. War mal eine Sekunde dran, haben wir uns heute mit. Aber da haben wir noch mal ein bisschen was nachgelegt. Da ließ es auf einmal, oh, da könnte tatsächlich was passieren. Aber wir haben von einem sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Wunderbar, dann haben wir das auch so weit. Moment, Moment, Moment. Ich muss meine Flasche gerade mal zu machen. Moment, Moment, Moment. So, Nummer 4. Mit 4,3 Kilometern, die heute noch anstehen. Das dauert natürlich jetzt wieder einen kleinen Moment. Moment. Vielen Dank. Gut. Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Definitiv. 5, 4, 3, 2, 1, los. Fixer drüber, Kuppel, Kuppel, vielleicht Sprung 300, Senke rechts, 5, Kuppel, kehre links, Wellen, 60. Oh, hier geht es auf einmal links. Rechts, 5, Land, nicht schneiden. Achtung, Kuppel, vielleicht Sprung. Rechts, 5, nicht schneiden. Senke. Welle. 100 durch Senke. In Kuppel, vielleicht Sprung, 80, 80 durch Senke. Links, 3, über Kuppel. Senke, Kuppel. Links, 4. Und Achtung, rechts, 2, über Kuppel. In rechts, 2, nicht schneiden. 80 durch Senke. Links, 5. 80 durch Senke, durch Tor. Links, 3, über Kuppel. Das ist jetzt drüben jetzt gerade. Senke, Kuppel. Rechts, 5, Land. Achtung, Kuppel, vielleicht Sprung. Rechts, 5. 80 durch Senke. Kuppel in rechts, halten über Kuppel. 110 durch Senke. Durch Tor. Links, 4. Und Achtung, rechts, 2, über Kuppel. In rechts, 2. 80 durch Senke. Aber wir haben nur noch 1,3 Vorsprung. Also wir müssen jetzt nochmal strecken. 80 durch Senke. Links, 2. In links, 2, über Kuppel. Wir müssen nochmal ein bisschen Gas geben. In rechts, 4, durch Tor. 80 durch Senke. Ist ja bald schon wieder vorbei mit dieser Strecke hier. Das ist nämlich schon mal 4 schon. Senke, Kuppel. Rechts, 5. In links, 6, Land. Macht zu, über Kuppel. Rechts, steil. Rechts, 5. 200. Links, 6. In rechts, 2, nach. 60. Senke. Welle. 100 durch Senke. In Kuppel, vielleicht Sprung. 80. Rechts, 3, Land. Macht auf, über Kuppel. Senke, rechts, 5. Links, 5. Senke. Links, 3, Land. Macht zu, über Kuppel. 80 durch Senke. Links, 3, über Kuppel. Das ist halt schon 5,1. Aber es wird eine sehr knappe Werte mitgefängeln. Links, 3, über Kuppel. Senke, Kuppel. Und bis Ziel. Am Ende ist es ja 13,1. Es sah knapp aus. Aber wir hatten es aber eben geschafft. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Das ist ja 14,1. Der letzte Teil mit 5,68 km steht heute nochmal an. Das Auto ist kein schöner Anleger, das läuft gut. So. 5,4,3,2,1, los. Mittig halten die Überpuppe, links 6, rechts halten die Überpuppe, rechts schneiden, rechts 2, der letzte Teil für heute, morgen geht es ja schon wieder weiter, für morgen kein Formel 1, erst noch die Woche, also, das ist diese Woche nochmal 7 Folgen, nächste Woche 4, und dann geht es wieder los mit der Formel 1 auf meinem Kanal, liebe Leute. Neben den Switch. In rechts 6, rechts 6, links 5, über Puppe. Achtzig durchschenken, achtzig. Achtzig durchschenken, achtzig. Hoffentlich läuft das jetzt wieder. Links drei über Kuppe. Senke Kuppe. Rechts fünf lang. Nicht schneiden. Achtung Kuppe. Leicht Sprung. Rechts fünf. Nicht schneiden. Rechts fünf. In links sechs lang. Mach zu. Über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts fünf. Sechzig. Links fünf. Kuppe in Kuppe. Nicht schneiden. Achtzig durch Senke. Links fünf lang. Nicht schneiden. Achtzig. Achtung Brems. Bälle. Kehre rechts. Kuppe links fünf. Durch Senke. Rechts halten. Über Kuppe. Rechts fünf. Achtzig durch Senke. Links zwei. In links zwei. Über Kuppe. Nicht schneiden. In rechts vier. Durch Tor. Rechts sechs. In links fünf. Über Kuppe. Achtzig durch Senke. Achtzig. Links vier. Mach zu. Ja, wir verlieren gerade Zeit. In rechts drei. Nicht schneiden. Kai, jetzt halte ich uns auf der Karte. Zieht mir gerade ein bisschen vorne weg. Vorsicht. Rechts zwei. In links drei. In links drei. Nicht schneiden. In rechts vier. Nur noch zwei Sekunden. Also das ist knapp. Mittlich halten. Über Kuppe. Wundert durch Senke. Wir wollen natürlich auch hier gewinnen. Rechts halten. Rechts halten. Über Kuppe. Links vier. Macht zu. Nicht schneiden. In rechts drei. In links vier. Nicht schneiden. Wartzig. Was sagte ich gerade? Wir ziehen weg. Mittlich halten. Über Kuppe. Hundert durch Senke. Rechts halten. Über Kuppe. Rechts drei. Sechzig. Nicht schneiden. Rechts zwei. Nicht schneiden. Ja, genau. Wir setzen uns doch mal auf, damit der wirklich komplett in den Wald rein geht. Da bin ich der richtige Zeit wieder. Links zwei. Sechzig durch Senke. Das ist was, dass wir den letzten Abstand immer strecken. Links halten. Über Kuppe. Rechts sechs. Nicht schneiden. Links sechs. Rechts halten. Über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts zwei. Kuppe. 80. Links halten. Über Kuppe. 250. Senke rechts. Ich habe jetzt noch 50 Sekunden. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe jetzt noch 50 Sekunden. Ja. Rechts fünf. Land. Achtung. Kuppe. Gleich Strom. Rechts fünf. Links fünf. Senke. Links drei. Macht zu. Über Kuppen. Sechzig. Rechts fünf. Land. Nicht schneiden. Achtung. Kuppe. Gleich Strom. Rechts fünf. Nicht schneiden. Senke, Kuppe, Rundloch durch Senke, Kuppe, vielleicht Sprung, Senke, rechts 3 lang, mach auf, über 5, senke rechts, 5, Achtung, Brems links, 2 lang, bis ziehen. Okay, fahr zum Marshall. Das war schön im letzten Abschnitt geratet. 9,5 Sekunden festgemacht, fast 10 Sekunden gemacht. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja. So. Dann gehen wir zu den letzten. Das war jetzt schon durchzunehmen, liebe Leute. Aber, das scheint so. Wir haben neue Werte, wir haben neuerdings, der Meisterschaftsrückblick. Neuerdingsponsor, übrigens. Ja, dann war's das schon. Gott sei Dank. Ja, sei Dank. Das war da auch durch. Gut, dann geht's morgen weiter, um 14 Uhr da mit dem Start des Asphalt Cups, ne? Gucken wir mal rein, was da uns erwartet. 5 Strecken, also Spanien. Okay, dann passt das so. Ich guck mal auf die Länge der Strecken. Oh, ne 9 Kilometer Strecke und ne 4 Kilometer zum Abfluss. Okay, das geht noch. Was haben wir am letzten Teil? 5,06, 6, 5,2, 7 und 9. Ja, gut, das wird natürlich eine interessante Aufgabe werden, aber wir müssen uns der Aufgabe ja stellen, ne? Und dann geht's hier irgendwann nächste Woche rein, ne? Die Social-Continental-Serie, GBP Cup International, Blah-Hack-Antrieb-Monster, ETC. Viel haben wir nicht mehr zu tun, das wird der Abschluss. Rallye HS International. Wird nicht aber der Abschluss des Displays werden, der würde uns dann hier in der Triple Crown erwarten. Aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was tun. Gut. Wir haben nicht gerade ein Drittel von dem Ding hier durch, jetzt. Aber wir haben ein bisschen was vor uns und damit starten wir dann morgen. Los. Auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.